Hallo, ich bin der Hanno, der Hanno Rotweiler, der Winzer vom Roten Turmchen hier in Auerbach. Ich wohne, lebe und liebe in Auerbach und mit verlaubt gesagt, meine Kollegen rundherum, seid nicht böse, aber Auerbach ist für mich der Wein-Nabel-Punkt der Bergstraße. Ja, mein heimlicher Lieblingsort ist ganz ehrlich so das Wörtchen L'Ancieux in der Bretagne. Da sitze ich am allerliebsten bei Austern und Muscheln mit meiner Lieblingsfrau Elke und meinen Lieblingskindern Lea und Ines. Und wenn ich dann aber hier nachher nach Hause komme, dann ist mein ganz klarer Lieblingsort der hier, inmitten meiner Fässer und das ist auch meine Lieblingstätigkeit, das Wein machen. Hallo, guten Tag, ich würde gern wieder mal ein bisschen Wein kaufen und würde mich aber gern vorher noch mal ein bisschen umschauen. Ja, roter Riesling, sehr schön. Schade, liebe Eisburgunder, sehr schön. Ja, ich glaube, ich habe meine Wahl schon getroffen. Heidi Becker in Rhein und Rotweiler. Ja, gut. Ciao, ciao, tschüss. Ist er? Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.